Liebe Studierende, von 19. bis 21. Mai finden vielleicht das erste Mal, vielleicht wieder einmal für euch ÖH-Wahlen statt und immer stellt sich die Frage, geht man zur Wahl hin? Ich glaube, es ist einfach politisch notwendig, wirklich hinzugehen. Wer nicht selbst mitgestaltet, wird irgendwo gestaltet werden. Deswegen kann man nur sagen, eine starke Interessenvertretung wird nur stark sein, wenn möglichst viele von dem Wahlrecht auch Gebrauch machen. In dem Zusammenhang haben wir auch das Gesetz geändert. Wir haben jetzt wieder die direkte Wahl, wir haben Briefwahl, wir haben viele Erleichterungen, die es euch einfacher machen, auch von dem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung aus meiner Studentenzeit sagen, nur wer selber hingeht, kann auch wirklich reden, kann auch wirklich mitbestimmen und das ist wichtig für alle in der Gemeinsamkeit. Nur wer nicht wählt, hat nichts zu sagen, nutze deine Stimme. Und wenn man sich jetzt wieder rauskommt, kann auch wirklich mitbestimmen. Vielen Dank.